Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute ein neues Sofa von Himmola und zwar das Modell 1301 Variante 80O14 in Stoff Q2 Unirot. Ein Sofa aus der Serie Planopoli, also Sie können sich, wenn Sie das neu kaufen, alles planen wie Sie wollen. Da gibt es einen riesen Typenplan, Rückenverstellung, Hochlehnenkomfort, schon mal nicht schlecht. Aber das Entscheidende ist dieser Beschlag, ein Wall-Free-Beschlag, also Sie können das Sofa an die Wand stellen, mit genügend Länge für die Fußauflage, die Fersen sollen nicht aufliegen, Sie können in jeder Position anhalten, es gibt hier vier Knöpfe, Sie können auch immer den falschen drücken, Nein, es ist etwas gewöhnungsbedürftig mit den Knöpfen, aber das bekommt man mit der Zeit schon hin. Und Sie haben natürlich hier zwei Komfortsitze. Immer erst den Rücken, weil sonst fehlt mir was. Erst den Rücken, jetzt kommt der Rücken hoch, der hat eine Überstreckung, das heißt, er streckt mehr als gerade, damit ich in dieser Position nicht an die Decke schaue, sondern nach vorne. Zwei Plätze auf wenig Raum, in einem sehr pflegeleichten Stoff. Googlen Sie mal Q2 und Rohleder und Sie werden sehen, dieser Stoff ist top, da kriegen Sie fast alles raus, oder ach, so gut wie alles raus. Nachteil des Sofas, es ist relativ blockig, aber das ist klar, weil irgendwo muss ja die Technik hin. Zweiter Nachteil, es ist relativ teuer. Dritter Nachteil, das mit den Knöpfen, gefällt mir nicht so gut, da könnte man eine bessere Lösung haben, aber okay. Vorteile gibt es genügend, Bequemlichkeit, Platzbedarf gering, Kombinierbarkeit. Noch ein Nachteil, der hohe Preis, Advertising. Bei profischnapp.de gibt es online jetzt dieses Stück zu einem Wahnsinnskurs. Sie zahlen dann nicht zweieinhalb bis dreitausend Euro, nein, Sie zahlen ungefähr die Hälfte. Profischnapp.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas, live im Netz oder hier in Empfingen. Empfingen liegt 50 Kilometer südlich von Stuttgart, direkt an der Bodensee-Autobahn A81. In 30 Minuten sind Sie vom Kreuz Stuttgart bei mir, profischnapp.de. Ich freue mich, wenn Sie mich mal besuchen. Ich freue mich auch für den Kunden, der sich dieses Stück schnappt, denn es ist wirklich ein Top-Schnäppchen. Dankeschön, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de.